Hallo zusammen, wir sind weiter am spielen hier. Wir haben noch mal ein bisschen geübt bei Joe Danger und inzwischen kann ich das sogar ein bisschen spielen. Ja stimmt, verlieren tust du immer noch, trotzdem wie ein Weltmeister. Ja, das denkst du auf jeden Fall. Er kann wirklich gut verlieren, das haben wir jetzt lange Zeit geübt und er ist richtig gut geworden. Ja. So, 5, 4, 3, 2, 1, los! So, wir spielen in letzter Zeit, wir spielen jetzt hier nie noch diese Einradversion. Ja, weil die macht einfach so Spaß. Wir saßen die ganze Zeit da und haben überlegt, was sollen wir jetzt spielen, was sollen wir machen. Da waren wir in meinem Download. Oh nein, 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 kommt nicht auf, meine ich vor, ausgeholt ab. Wir spielen das weiter und während es hier andere Sachen da runterladen, haben wir gesagt, wir müssen jetzt einfach nochmal hochdrehen, das kann man euch einfach nicht vorhin fallen. Viel ganzen Spaß hier. Ja. Ich krieg dich. Au! Verschwinden die da? Nein! 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 Hau ab von meiner Bahn. Und Lupe, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So, du bist so geliefert. Aber wir müssen uns erst einmal erreichen hier. Ist das ein kleinere Problem? Ja. Na komm 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 komm, hau ab. Ich hab immer noch keine Ahnung, wie du immer die Spur wechselst, wenn du bei mir drauf gehst. Ja. Das ist das Schöne, das hab ich immer noch nicht verraten. Ah, beim Landen, wie gesagt. Nein, 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 nein. Haha, verschwindet. Komm her, du Sohn-Sack. Hahaha. Seh ich's aus? Ja. Hahaha. Das ist unfair. Und? Nein, der hat Spieler gemacht, das nix doch nicht. Ah. Auf jeden Fall, das Spiel ist auf jeden Fall, steht dran 7 Siege. Das Spiel ist auf jeden Fall schon echt, ja wir spielen jetzt schon ein bisschen. Wir müssen gestehen, wir spielen jetzt schon ein paar, aber wenn wir nur warten, wir etwas runternehmen. Ja. Aber das müssen wir euch jetzt echt aufnehmen. Ja. Aber das Spiel ist echt zu empfehlen, das macht so viel Spaß. Hahaha. Das ist klasse. Sag mal. Warte, ja, aber ich guck mal, warte, ich möchte erst kurz mal gucken, wie wir jetzt in der Weltrekordliste stehen. Mach ich schon. So, 320. Vorher waren wir irgendwas mit 700. Ja, ja, aber ich frag mich, wie die anderen jetzt dran stehen, aber es geht gut. Also, wenn ihr das Spiel auch habt und spielt, schreibt es echt mal in die Kommentare, was ihr da für Punkte habt. Das interessiert mich wirklich mal. So, und wir spielen jetzt noch eine Runde, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Noch eine Runde. So, weiter geht's hier und wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ja, komm, 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 Bär. Flipp. Jippie. Jippie, 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 Schweinebacke. So, nein, ich bin drüber. Boah, nein, falsche Idee. Ganz schlecht wie nicht. Abhauen, abhauen. Nein, das zernehmt dich hier wieder. Nein. Ah, das war cool. Ja, und Qualität setzt sich mal wieder durch. Boah, das Tempo hier. So, komm, zwei Flips. Nein, 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 nein. Boah, der Sack kommt. Aber ich bin ja da. Ich glaube, wir mussten mich erst mal kriegen. Nein. Das ist längst passiert. Ja, verdammt. Meine Tricks gehen gerade irgendwie nicht. Aber ich habe immer noch mehr Leben. Das heißt, selbst wenn du jetzt gewinnschst. Und da ist auch schon eine Zielung. Ja, verdammt. Das geht so ernsthaft. Der Achter Siegel. So, nächste Runde. Nächste Runde. Weiter geht's. hier wollen wir nicht immer mal gucken wie viele Punkte. Ja, aber hier ist ja die Weltradmiste rein. Ja, nein, zumindest mal hier. Also wenn wir einen Rekord schlagen, dann werden wir auf jeden Fall reinschauen. Okay. Es wäre natürlich cool, wenn man... Aber bist du schon wieder bei mir, ja? Ja, das ist eine Sehnsucht. Ups. Oh, nein, komm! Nicht aus dem Bild raus! Jetzt sind wir zu zerlegen. Seht ihr das gerade richtig? Ich habe volles Leben und du versagt mal wieder komplett. Ja, ich bin auch echt kompetenteres Personal hier, das geht gar nicht. Und ich habe immer noch keine Ahnung, mit welcher Tastatur, mit welcher Tastatur, dass ich hier die Spur wechseln. So, weiter geht's. Schon wieder abgehauen. Au, au, nein, nein! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, ha, ha! Ja, das ist immer so schrecklich. Nein, das ist schon mal ein Gesack. Nein! So knapp, als je in die Tür! Ja, also ich möchte ja nichts sagen, aber wer hat hier fast perfekt gewonnen? Mir hat nur ein Leben jetzt wirklich. Wer gewinnt jetzt? Das sehen wir in der nächsten Runde, würde ich mal sagen. Ah, die Überlage passiert. Oh, die war so schlecht. Oh, die war so schlecht. Au, ab. Du zerlegst ihn mal wieder komplett selber? Nein, 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 nein! Okay, abhauen. Autsch. Komm, mach Tricks, mach Tricks, du Bär. Oh, das ist alles gut. Wow, leider ist es wild rausgebrochen. Wow, leider ist es wild rausgebrochen. Oh, scheiße! Nein, 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 nein! Das sind wirklich nicht. Autsch. Es ist echt schwierig, so weit wir sind auf die Pair konzentriert, den anderen zu treffen. Komm! Au, kein Goblin, wie? Wir rennen hier gerade einfach nur mit einem Trittbonus im nächsten Spiel, oder? Ja, genau. Und... Nein, 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 nein! Oh, trotzdem. Ah, hast du einen Dusel? Das gibt's ja nicht. Okay. Also wie viel steht's denn gerade eigentlich? So, ah... 10 zu 3. Ah, Gubbel, lach doch weiter. Es endet einfach. Ah, ah, mischt. Falsche Starttaste. Und jetzt kommt der schon wieder zu mir. Au, 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 au! Autsch! Ah, ich hab auch die Action. Nein! Ja, das war knapp. Ja! Ja, das war knapp. Ja! Ja, das war schön! Ja, das war schön. Zehnfacher Bonus? Ja, ich frage es nur bei wem gerade. Ja, wir spielen im Team. Ah, scheiße, nein. Nein. Das gibt's doch nicht. So, weiter geht's. Okay. Sollen wir vielleicht in der nächsten Runde dann einmal eine Runde machen, wo wir sagen, okay, wir hauen uns nicht, sondern probieren... Reines Tempo? Ne, 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 einfach auf Punkte. Dass wir sagen, wir probieren die 28.000 Schlagen. Okay, dann machen wir das gestern. Ne, ne, ja jetzt nicht. Jetzt machen wir nochmal eine Runde Kampf. Irgendwie gut! Oh Gott! So, Jan! Oh, ja, komm! Oh, ja, komm! Oh! Ja, komm! Oh! Was hat er? Hahaha! Na ja, solange ich mehr Leben hab als Such. Komm, komm, komm. Ich muss mir eh mal gleich die Steuerung anschauen. Na komm. Oh ja, und, 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 und. Warte mal, es gibt ja hier auch Profi-Medaille. Genau, guck mal drauf. Können wir gar nicht anklicken. Ich frag mich gerade eher, was ist denn das hier? 6% abgeschlossen. Vielleicht kriegen wir dann hier die nächsten Level endlich mal fragen. Ja, nein, das sind Sterne, die wir einfach hier vorne im normalen Spiel. Vielleicht können wir die auch zusammenspielen. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Warte mal, ich möchte zuerst mal jetzt aber auf jeden Fall gucken. W und S. Ah, du Pfeife. Ja. Okay, auf diese Taschen wär ich natürlich nie gekommen. Bei mir ist es einfach die ganze Zeit nur hier hin und her. Ich hab's irgendwann rausbekommen, als ich mehr Gas geben wollte. Als ich die ganze Spur rausbekommen. Ähm, wie kann man hier? Ich würd einfach mal sagen, wir spielen mal was normales. So. Ja, das ist hier, das mit den Akten, wo man halt eben entsprechend... Ja, aber ich glaub, den kann nur einer spielen. Das können wir mal ausprobieren. Dann spielen wir einfach immer so nacheinander. So. Versuch du mal, was du steuern kannst und ich fang auch an. Also wir fangen beide gleichzeitig an. Okay, ich probier mal. So. Äh, ich steuer aber. Okay. Okay. Ich mach nichts. So. Jetzt hör du mal eben aufzusteuern. Okay. Machst du was? Ich drücke gerade, ja. Ne, bin nur ich. Ja doch, ich kann's auch steuern. Ja, nein, jetzt drück ich gerade wieder. Okay, ich spring jetzt mal. Oh, oh, oh. Nein, jetzt sind wir in die Lava. Ja, das ist der Movie Modus. Du musst einfach... So. Wo du die Sterne auch einsammeln musst. Ich glaub, den kann ich steuern, dass beide gleichzeitig. Ne, 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 ne. Doch, wenn ich nicht mehr springe, springt der... Ja guck, und hier gibt's diese Pro-Medaillen, die man sammeln kann halt eben. Ähm, ja. Aber ich denk, äh, sollen wir nochmal in den Mehrspieler Modus gehen? Ja. Äh, ja, möchte ich. Ne, ich möchte zurück. Drückst du hier gerade? Ja. Einmal mit Provis arbeiten. Ich hab überlegt, wann du's merkst. So. Guck hier, bei der hab ich die Sterne zusammen. Jetzt gehen wir in den Mehrspieler Modus wieder rein. Und jetzt suchen wir mal eine andere Strecke raus. Ich dachte, wir wollten einmal probieren, hier wirklich viele Punkte. Stimmt, stimmt. Okay, einmal ohne Kampf. Without any fight. Ich spiele direkt einmal hier mit einer großen Kanone. Als Ersatzfisch zu kämpfen. Ich frag mich eh, wie der auf die Teile passt. Das wollte ich gar nicht. Okay. So, es geht jetzt einfach nur um viele Punkte. Ja. Ich bleibe auch im Bild, damit du nicht irgendwie... Also wir spielen diesmal Team. Toll. Der Spurwechsel gibt übrigens auch Punkte. Echt? Echt? Macht sogar Spaß. Ja. Nein! Nein! Oh! Nein! Nein! Ok, Tricks machen! Und da haben wir die Pumpe haben müssen. Ich habe sogar gewonnen. Und guck mal, hätte ich gewonnen, dann hätten wir mit vollem, oder? Habe ich alle Leben? Ja, ich weiß nicht. Wir spielen nochmal. Wir spielen einen anderen Modus, oder? Einen anderen Modus? Haben wir doch gerade gesagt, dass wir... Na okay, nochmal eine Runde. Team oder gegeneinander? Gegeneinander. So wie man sowas spielen sollte. Willst du nochmal wirklich eins auf die Klatsche? Okay. Okay. Ah, Reaktion! Ich werde jetzt schon richtig still, weil ich mich hier wirklich konzentriere. Ja, ja, ja. Mach ich. Das ist schon... Oh, schade. Na, und wer ist der Bär, he? Wer ist der Bär? Nein, der Web ist immer so fest. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh! Scheiße! Wer verliert ihr gerade Leben? Und du gleich! Wenn ich dich habe. Oh! 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 Haben wir schon wieder Rekord? Ja, wir haben schon wieder ein Rekord. Scheiße! 50 Millionen! So. Platz. 181. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die spielen nochmal. Das lass ich mir jetzt nicht auf die Sitzung. Ich sehe das gerade richtig, dass du seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen hast. Ich wollte da etwas ganz anderes feststellen. Wir tun ehrlich gesagt unsere lieben Zuschauer gerade so ein bisschen leicht. Wir nehmen schon seit 15 Minuten auf und spielen die ganze Zeit nur die selbe Stage. Jetzt kommt er wieder. Aber es macht einfach so Spaß. Ich wollte auch erst im letzten Moment... Wie viel hast du drücken? Nein! Komm her, komm her. Hey, ich habe nicht mehr was gemacht. Aber ich... Schrecklich. Mist! Ah, das ist unfair! Was ist da dran unfair? Alles, wo du gewinnst, ist gut, ist erstmal unfair. Und der Gewinner! Boah, du Bär! Das ist nicht. Du musst ja mal kräftig husten, dann gewinnt er mich natürlich. Ach ne, stopp. Hast du einmal... Ach ne, da steht ja nur Spieler 1. Stimmt. Ein Sieg, ich 2. Okay, das war's. Schade. Äh, ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Es hat mega Spaß gemacht. Ich kann das Spiel absolut empfehlen. Äh, gibt's auf Steam für echt nur ein paar Cent. Und das Tolle ist, ihr wirklich an einem Rechner zu zweit spielt und eine Menge Spaß macht. Ja, genau, genau. Ein Rechner viel Spaß. Also, ich danke euch vielmals, oder ich danke dir vor allem vielmals fürs Zuschauen. Genau dir. Also ganz genau du. Verarscht du mich hier grad, weil ich hier probiere irgendwie nett zu den Leuten zu sein. Ein bisschen. Ja, ihr seht schon hier, wir machen wieder eine auf gute Kopf, böse Kopf. Ähm, ja. Und wir sehen uns dann morgen vielleicht zu einer neuen Runde. Und ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.